Guck mal, ich hab dir ein ganz leckeres Topatenrisotto gemacht, nur für dich, weil du ganz viel Hunger hattest, dir reichelt. Und jetzt, wenn du magst, kannst du mir dabei zuschauen, wie ich das gemacht habe. Bleib dran. Als allererstes habe ich einen Topf mit Wasser aufgefüllt. Dann habe ich für dich vier große Tomaten genommen. Und diese Tomaten habe ich natürlich erstmal gewaschen, damit die schön so gut sind. Dann habe ich den Herd angemacht, damit das Wasser schon mal anfangen kann zu kochen. Die Tomaten habe ich dann einmal längst geschnitten. Und zwar einmal quer durch, damit die Haut einfacher abkann. So, dann kommen die Tomaten für einen kurzen Moment ins kochende Wasser. Damit sich die Haut aufweichen kann und gleich schön lösen kann. Das hat nicht lange gedauert. Dann habe ich den Topf wieder abgenommen. Und die Tomaten werden mit heißkaltem Wasser abgeschreckt. Natürlich muss da erstmal das warme Wasser aufbauen. Dann wurden diese abgeschreckt. Und bei der eigenen Tomaten konnte sie die Haut schon richtig gut lösen. Die Tomaten musste ich mir ein bisschen mehr Mühe geben. Und die Haut ganz vorsichtig abpielen. Damit das Wasser für dich leckerer ist. Und wenn da keine Hautstücke dabei sind, dann alles schön cremig und weich ist. Cremig und weich. Weil ich weiß, dass du das so am meisten magst. Dann habe ich die Tomaten geschnitten. Und dann habe ich die Tomaten in Würfel vorhaben. So gut es ging. Alle schön geschnitten. Als nächstes habe ich Knoblauch geschält. Der war noch ganz frisch. Ganz frisch gekauft. Davon habe ich mir eine Knoblauchzehe genommen. Ich wollte nicht für dich so viel reintun. Da ist das vielleicht zu intensiv vom Geschmack. Und du hast diesen Geschmack länger im Mund als geholt. Deswegen nur eine Knoblauchzehe. Ich habe dann versucht, sie ganz fein zu schneiden. Aber dann habe ich mir gedacht, dass es dir bestimmt besser gefallen würde, wenn ich die durch die Knoblauchpresse pressen würde. Damit das Ganze noch viel feiner wird. Und man einfach nicht diese großen Stücke ermuntert. Dann habe ich Zwiebeln geschält. Ich habe insgesamt eineinhalb Zwiebeln genommen. Weil ich wusste nicht, ob du Zwiebeln hackst oder nicht. Und eineinhalb für so ein großes üppiges Gericht erschienen mir. Ja, genau richtig, genau richtig, 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 richtig. Und auch hier habe ich versucht, die Zwiebeln für dich so fein es geht zu schneiden. Große Stecker sind einfach nicht so angenehm. Dann kann alles in den Topf rein. Da hatte ich vorher ein paar Esslöffel Öl erhitzt. Sonnenblumenöl. Dann habe ich noch einen großen Bunz von Ressourci. Und fast 500 Gramm für dich noch geworfen. Weil ich einfach sicher gehen wollte, dass noch 100 ist. Das Ganze kam dann in den Topf rein. Zu den Zwiebeln. Und das Ganze habe ich dann schön glasig angeschwitzt. Schön glasig angeschwitzt. Sodass der Risotto den Geschmack von den Zwiebeln nehmen kann. Und die zwei eine Weile verweilen können. Bis die Tomaten reinkommen. Sehr schön, da kommt noch ein Esslöffel mit Tomatenmark mit dazu. Damit der Geschmack noch ein bisschen intensiver wird. Und dann hieß es wieder. Rühren, rühren, rühren. Rühren, rühren, rühren. Rühren, rühren, rühren. Rühren, rühren, rühren. Also, als nächstes kamen noch 100ml lieblichen Rotein dazu. Und keine Sorge, den Geschmack wirst du gar nicht schmecken. Jetzt nach hinten rein. Dann habe ich noch ein Liter Kapitel. Müssebrühe dazu gegeben. Und weiterhin für dich gerührt. Gerührt, gerührt, gerührt. Und gerührt, damit sich alles schön vermischen kann. Und der Geschmack gleichmäßig verteilt wird. Dann geben wir noch ein Schuss Sahne dazu. Und Käse. Ganz leckeren Gerührkäse, meine ich. Wenn ich es richtig verspreche. Das hätte den Risotto noch mal richtig schön cremig werden lassen. Ja, das ist sehr viel. Aber die Portion ist auch groß. Und du hast so viel Hunger. Und du hast so viel Hunger. Ich wollte einfach sicher gehen, dass du hausend wirst. Das Ganze musste ganz schnell sein. Und woher du dann von mir mit Salz und Pfeffer gewährt hast. Falls du noch ein Stück kippen solltest. Falls du noch ein Stück kippen solltest beim Käse. Dann tut es mir leid. Ich habe den Ratelicht aufgemacht. Jetzt bekommst du deine große Portion auf deinem Teller. Auf deinem Tellerchen. Ups. Da habe ich ein bisschen geblöhrt. Das gehört sich so. Ist ja richtig schön cremig. Und zum Schluss noch ein paar Basilikumblätter. Für den vollen Geschmack. Oh, da war doch nichts. So. Die geben noch mal richtig schön Geschmack dazu. Ich hoffe es hat dir gefallen. Bis zum nächsten Mal. Geben dir den Abanne! Okay. Ich bin einsandels mit dir. Ich bin ein paar Teile und habe deinen Geschmack. Vielen Dank.